Hey Leute, ich bin's Conny! Heute spielen wir nochmal wieder Pet Simulator X! Es werden Pets verschenkt! Los geht's! So, bitte für die Pets paluten. Okay, als nächstes wäre dann Maya Fee dran. Maya Fee, wo bist du? Hier. Dann kriegst du jetzt auch eine Trade Request von mir. Kriegst von mir auch einen Dark Matter Hexigator. Und vier Rainbow Hexigator. So, dann ist als nächstes Hugo Note 08 dran. Hugo Note, wo bist du? Please, da. Oh, jetzt hab ich zwei Trade Requests gesendet. Ich hoffe, da wird jetzt nichts überschnitten. Du bekommst auf jeden Fall auch einen Dark Matter und vier normale, beziehungsweise Rainbow Hexigator. Willst du wenigstens Gems für dich? Wenn ihr es schafft, mit mir einen Trade zu kommen, dann könnt ihr gerne in die Gegenseite was reinpacken. Ich nehm alles an, was ihr reinpackt. Ein zweites Mal werde ich euch aber nicht antraden. Jeder kriegt nur eine Chance pro Stream, weil sonst ist ja unfair. So, Elplay2-Fan ist als nächstes dran. Oder, hab ich jemanden übersprungen? Ne, Elplay2-Fan. Du hast deine Trades disabled, mach deine Trades bitte auf an und schreib nochmal was in den Chat. JackfrostYT. Hatte ich dich nicht schon? Ach, ist doch egal. Also, bekommst du von mir einen Hackcat und diesmal fünf Hexigator. Bitte sehr. Hugunaut, Paluten, Adry Paluten, Hugunaut, Elplay2-Fan. Nehme kein Free Stuff an, bin glücklich mit, was ich habe. Alles klar. Gell, dasselbe gilt für mich. Wenn niemand gleich mehr was in den Chat reinschreibt, dann werde ich den Server wechseln, damit andere Leute noch die Chance bekommen. Vorher gehe ich aber einfach mal in die Bank und packe einfach mal bei Pommes123 Anton was rein. Deposit, einer hiervon, paar hiervon, bitte sehr. Und dann kann ich hier verlassen und bei ETN 34 noch was reinpacken. Dann werden wieder ein paar Spots für weitere Leute frei. Und die Leute, die schon sehr lange warten, die können jetzt auch endlich mal was kriegen. Please, hallo? Ah, jetzt. Okay, gut, jetzt kann ich was reinpacken. Not enough space in the bank. Äh, drei vielleicht? You're doing this too fast. Ich verstehe, dass ich es zu schnell mache, aber Bruder. Bruder, was soll ich machen? Ich warte. Okay, ich warte einfach ein bisschen. Hätte eine Frage. Stell die Frage. Wenn du nur hätte eine Frage in den Chat schreibst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich deine Frage überlese. So. Ich hoffe, jetzt tue ich es nicht mehr zu fast. Ich tue es zu fast. Okay, es tut mir leid. Ähm, ich mache das mit der Bank später weiter. Galaxy Raul 9090 hat noch was reingeschrieben. Also hat er seine Trades of Friends only. Schreib bitte nochmal was rein, sobald deine Trades öffentlich sind. Dann haben wir noch GermanDev 2009. Und du bekommst von mir dann auch ein paar Hexigater. Oh, das sind meine letzten Hexigater, die du bekommst. Ähm, danke für den Dark Matter Center Post. Sehr nett von dir. Hey, Conny. Hey, Luca. So. Und Galaxy Raul schreibt jetzt, also trade ich ihn auch nochmal an. Und danach werde ich den Server wechseln, damit andere Leute auch nochmal eine Chance bekommen. Hey, ich habe hier doch Hexigater. Ach, waren das jetzt meine ausgerüsteten Hexigater? Ui, ein 404 Demon in Rainbow. Dankeschön. Das ist nice. Davon kann ich noch ein paar mehr gebrauchen, weil wie ihr seht, habe ich eine bunte Mischung, die mir hinterherläuft. Ich gehe mal auf Equip Best und dann, ja. Aber das ist das, was ich habe. Jetzt ist dein Pad, das du mir geschenkt hast, eins meiner besten. Sehr nett. Sonst hat niemand mehr was reingeschrieben. Darf ich aber dir was geben? Darfst du gerne machen. Dafür musst du aber mit mir in den Trade gehen. Dann musst du auch akzeptieren, dass ich dich antrade. Aber ich werde jetzt erstmal den Server wechseln. Du kannst ja gleich nochmal reinjoinen. Ich will jetzt erstmal, dass andere Leute nochmal die Chance bekommen. Was ist dein Blobstein wert? Es war 3,50. So, neuer Server, neues Glück. Jetzt können wir neue Leute nachjoinen. Vielleicht kann ich ja jetzt auch in die Bank, in der ich eben gejoined bin, auch was reinpacken. Please? Hier, Deposit. Und jetzt kriegst du von mir zwei Hexigater, weil vorhin war ja sowieso voll. Not enough space in the bank. Ah. Und jetzt sagt er, you're doing this too fast, oder? Ja. Okay. 95 Pads. Ich glaube, die Bank ist voll. Dann tut es mir leid. Ich verlasse die Bank. Kriegst beim nächsten Mal eine Chance. Ich muss ja nochmal eine Minute warten, bis es weitergehen kann. Brauchst du eine Keyboard Cat oder einen Wicked Empyrean Dragon? Ich brauche eigentlich gar keine Pads. Ich bin eigentlich ganz glücklich, wenn ich immer starke Pads habe, mit denen ich weitere Pads farmen kann. Und die kann ich dann während meiner Streams verschenken. Ich bin nicht so ein Sammler, aber ich glaube, Viktor sammelt. Der will ja seine Pet Collection komplett voll machen. Und der macht ja auch zu jedem Exclusive Pet Trading Videos. Ich würde, wenn ich Exclusive Pads habe, auch ein Trading Video dazu machen. Aber ihr seht, ich habe da noch nicht viele. Und ich bin da auch nicht so stark hinterher, weil es kostet mich zu viel Zeit. Die habe ich nicht. Gut, dann gucke ich mal in den Chat. Als erstes hat Satoru geschrieben. Satoru, Entschuldigung. Ich schicke dir eine Trade Anfrage. Und du bekommst dann von mir auch ein paar Hexigater. Ihr müsst mir keine Rainbow 404 Demons schenken. Das ist echt nett von euch. Ich freue mich darüber. Aber es muss wirklich nicht sein. Ich würde die wahrscheinlich auch selbst irgendwie zusammen bekommen. So kriege ich es halt ein bisschen schneller hin und kann dann auch schneller farben. Das ist nice. Aber es muss nicht sein. So, kann ich ein Free Pet? Na klar kriegst du ein Free Pet, King Kastra. Wo haben wir dich? Ah nee, du hast deine Trades of Friends only. Dann schreib noch mal was in den Chat, sobald deine Trades öffentlich sind. Und dann kriegst du was. Jetzt ist erstmal John Hickok dran. I guess. Wo haben wir dich? Hat er verlassen? Ja, ich glaube er hat verlassen. Dann Dennis Brody. Tricks von mir auch ein paar Hexigater. Und da kommt die Frage, wie heißt du Ingame? Ich heiße Ingame Conny. Ne, ich glaube auf Roblox Conny heiße ich in Roblox. Genau. Hab ich ganz vergessen. Ich hab kurz gedacht, ich heiße Conny YT. Aber auf YouTube, äh auf Roblox, durfte man sich jetzt für ein paar Tage lang nicht YT nennen. Dann wurde man gebannt. Zum Glück heiße ich auch nur Roblox Conny. Millionen Null ist der nächste. Okay. Millionen Null. Wo bist du? Auch nirgends. Bin ich blind oder verlassen die Leute einfach? Na gut, dann versuchen wir es jetzt noch einmal mit King Kastra. Hat immer noch die Trades of Friends only. Wie gesagt, du musst deine Trades öffentlich machen. Von XXRT, XXX, äh XX, doch XXX. Ich hab richtig geraten. Bruder, das muss nicht sein. Aber ich pack dir einfach die Hexigater rein, so wie ich es bei jedem mache. Fünf Milliarden Gems. Digger. Das ist echt nett von dir. Oh Gott. Boah, danke. Danke wirklich. Danke für die Gems. Danke für die Pads. Jetzt bin ich Full Team. Das ist nice. Und dann kann ich es mir jetzt auch leisten, ein paar mehr Pads beim nächsten Stream zu verschenken, weil ich ja auch schneller farben kann. Echt vielen Dank, Arti. Sehr nett von dir. So, ich versuche es jetzt nochmal mit King Kastra. Und Trade for Crescent. Perfekt. Gut. Komm, ich schicke dir auch so ein Santa Paws und ein paar Hexigater. Ich muss ein paar neue Hexigater aus der Bank nehmen, weil die werden langsam alle. Danke für diese Pads, I guess. Oder ist das jetzt wegen Inventory voll? Lava, Slime, Pantone, Bett. Vielleicht habe ich die nicht in meiner Pet Collection. Ich bin da ja immer sehr sloppy bei der Pet Collection. Welchen Bank ist denn das? Warum sehe ich diese Bank? In der bin ich doch gar nicht drin. Ah ja, okay. Gehe ich wieder in meine Bank. Gehe auf Withdrawal. Und hole hier noch ein paar Hexigater raus, damit ich mehr verschenken kann. Weil die 91, die ich vorhin rausgeholt habe, die sind dann schon wieder fast alle. Dann noch ein paar Hexigater. Oh Gott, die Hexigater, die sind echt bald weg. Keine Chance. You're doing this too fast? Wie langsam soll ich denn das machen, Preston? Ah, okay. Okay, ich mache es jetzt ganz, ganz langsam. Ich drücke jetzt auf Withdrawal. Und warte und sage, ich möchte 45 Pets withdrawen. Sage yes und ich mache es zu schnell. Okay, dann nicht. Dann nicht. Machen wir weiter mit Filia24. Wo bist du? Du bist hier. So, dann bekommst du jetzt von mir auch ein paar Hexigater. Die Hexigater werden knapp, weil Preston mir nicht erlaubt, neue Pets aus der Pet Collection zu holen. Vielleicht muss ich alleine deswegen gleich den Server wechseln. Es kann natürlich sein, dass Preston jetzt diese großen Delays gemacht hat, um Duping zu verhindern. Keine Ahnung, was es für Duping-Methoden gibt. Das interessiert mich ehrlich gesagt null. So, Roblox-Brotte. Ich hatte mal auch noch nicht. Wo bist du? Hier bist du. Schick dir eine Trade-Request. Und ich glaube, du kriegst dann meine letzten Hexigater, ja? Die letzten Hexigater. Und dann noch ein Galaxy Fox drauf. Bitte sehr. Wie lange bist du noch in dem Server? Ich werde den Server gleich wechseln, weil ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, weitere Pets aus der Pet Collection rauszuziehen. Der Pet Collection aus der Bank rauszuziehen. Ich bin ein Idiot. Conny, möchtest du meinen Blobbenstein? Hättest du mir vorangeben können, als ich dir Pets gegeben habe? Jetzt braucht es nicht sein. So, Roblox-Brotte. Ja, Filia, King Kastra, Saturo, Brotte. Über die gleichen Namen. Du hast mir schon gegeben. Achso, ja gut. Dann hätte ich dir jetzt ein zweites Mal gegeben, weil ich dich vergessen habe. Also, du kamst mir bekannt vor, aber irgendwie dachte ich mir so, Conny, kann ich Gems für Demon Rainbow? Wie viele Gems? Ich glaube, Artie wird das klären. Ich finde deine Videos einfach nur geil. Ja, ich finde meine Videos auch einfach nur geil. Und ich finde, ich werde jetzt den Server wechseln, damit ich hoffentlich neue Pets aus der Pet Collection ziehen kann. Und neue Leute die Chance haben, mir nachzujoinen, weil es hat doch niemand Neues mehr in den Chat geschrieben. So, gehen wir auf die nächste Seite und joinen diesen Chat hier einfach nach. Kannst du mal Big Paintball spielen? Das können wir gleich machen. Können wir gleich machen. Big Paintball habe ich schon wieder ein bisschen Lust drauf. Ich gehe aber jetzt erstmal wieder zur Bank, in meine Bank, Withdrawal, und versuche da jetzt wieder ein paar Hexigater rauszuziehen. Damit ich nochmal was habe zum Verschenken, please. Ein paar Hackcats, weil die Hexigater sind auch irgendwann alle. Wenn man eine auslässt, ist es nicht so schlimm. Dann bleibt halt was für die anderen Leute übrig. So, und 55 Pets sollten jetzt auch erstmal reichen. Das hier ist ja eigentlich gar nicht als Pet Simulator X Verschenken Stream gedacht, aber hat sich angeboten, ne? Warum denn nicht? Wie macht man das mit den Pages? Dafür habe ich in der Videobeschreibung, ähm, FAQ, so eine Frage, warte. Lass mich einmal kurz eine Sache nachgucken. Gib mir ein paar Minuten. Ich muss kurz was prüfen. Ah, nee, habe ich nicht gemacht. Na gut. Dann copy-paste ich das einfach raus und schreibe es einfach in den Chat rein. So, hey Conny, hey Paluten. Du warst aber schon drin, deswegen kriegst du jetzt nicht mehr Testgiraffe 613. Da gucke ich einmal kurz nach. Okay, Bro. Ob du ein zweiter Account bist? Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass du ein zweiter Account bist, aber ich kann es dir nicht nachweisen. Also kriegst du von dem ein paar Pets. Hexigator, bitte sehr. Viel Spaß damit. So, danach wäre dann Endatoins dran. Er schreibt Pless Pet. Dann kriegst du natürlich auch ein Pet. Wo bist du? Hier. Schick dir eine Trade Request und pack dir dann ein paar Hexigator rein. Und realisiere, dass ich gar nicht so viele Hexigator habe. Boah. Naja. Schaue gerade vom Fernsehen. Das ist gut. Leute, ihr müsst, auch wenn ihr meine Videos schaut, immer auf dem Fernseher schauen. Weil die Werbeeinnahmen für Zuschauer, die am Fernseher schauen, sind größer. Verdiene ich mehr Geld. Ähm. Mona. Banane von Wish. Bin ich gerade verrutscht? Ja, ich bin verrutscht. Okay, erstmal ist Noah dran. So, Noah. Huch. Hab mich wieder verklickt. Ja, bist du. Kriegst eine Trade Request von mir. Und nochmal so ein Hexigator dazu. Bitte sehr. Ich komm nicht rein. Ja, es kann leider nicht jeder bei mir reinkommen. Es gibt noch die Möglichkeit, dass mir Bankeinladungen schickt. Aber gerade verschenke ich jetzt wieder so. Es ist immer drunter und drüber. Man kann nie wissen, wie man am besten von mir Pets bekommt. Mona ist als nächstes dran. Und ich kenne den Struggle, wenn man High schreiben will und Autokorrektur daraus zumacht. Ich weiß nicht, wie die Autokorrektur darauf kommt, dass man, wenn man High schreibt, zu meint. Aber naja, so ist das Leben. Spiel auf Handy. Kann ich trotzdem irgendwie joinen? Ja, indem du meinem Roblox-Profil folgst, dann mein Roblox-Profil neu aufrufst und dann auf Beitreten drückst. Das einzige Problem, der Server ist jetzt schon voll. Und das hier wird erstmal der letzte Server sein. Danach gehen wir mal in Big Paintball rein. Ähm. So, danach ist die Banane von Wish dran. Hier haben wir die Banane von Wish. Und du bekommst von mir dann auch noch ein paar Hexigater. Hast du Offer für 20 Dark Matter 404? Ne, ich bin nicht so der Typ, der tradet. Wie ich schon oft gesagt habe, am Wochenende nehme ich die meisten Videos auf für die Woche. Weil ich in der Woche halt arbeite. In der Woche habe ich höchsten Zeit nochmal schnell ein Video zu schneiden, das ich am Wochenende aufgenommen habe. Oder muss ich schon wieder arbeiten? Schade, aber ein Versuch war es wert. Ja. Banane von Wish. Paluten. Schreiben immer wieder die gleichen Leute rein. Sonst hat niemand Neues geschrieben. Okay Leute, ihr könnt jetzt nochmal was hier in den Roblox-Ingame-Chat reinschreiben. Wenn das niemand mehr macht, dann werde ich gleich rüber gehen zu Big Paintball. Aber ich packe natürlich jetzt nochmal was in die Banken von Leuten rein. Solange ich kann. So, da wird es cool. Gehen wir rein in deine Bank. Oh, die Dominance. Das sind gute alte Zeiten gewesen. Gehen wir mal auf Deposit. Geben dir so ein Center-Post. Ein paar Hacked-Cats. Und Deposit. Bitte sehr. Me not pet. Alles klar. Dann kriegst du noch ein Pet, Bro. Super Gamer. Okay. Wo haben wir dich? Ah, du musst deine Trades bitte noch auf öffentlich stellen. Und dann schreib bitte nochmal was in den Chat. Und dann haben wir noch Dante, der Baumeister. Please pet. Ich hatte noch keins. Yo, du kriegst dann auch eins. Kein Problem. Kriegst du ein Center-Post. Ich hoffe, der wurde jetzt registriert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah ja, er wurde registriert. Perfekt. Kannst bei mir Pads rausnehmen. Ist sehr nett, aber ich nehme keine Pads aus euren Banken raus. Weil ich einfach zu große Angst habe, dass ich irgendwas verwechsel. Und dann irgendwem Pads wegnehme, der sie mir nicht geben wollte. Deswegen lasse ich das einfach grundsätzlich sein. Habe ich hier was reingepackt? Ja, ich habe was reingepackt. Dann kann ich... Also ich bin noch gar nicht mehr in dieser Bank drin. Warum ist das so verbuggt? So, Scheppel 9. Scheppel 9 ist auch richtig lange schon dabei gewesen. Yo, du kriegst von mir ein paar Hacked-Cats. Ein Center-Post und ein Hexy-Gator. So, Super-Gamer hat geschrieben Hub. Dann kann ich aus Scheppels Bank rausgehen. Nochmal die Trades öffnen. Und Super-Gamer antraden. So, du bekommst von mir dann noch ein Hexy-Gator. Und noch so eine letzte Ladung an Rainbow Pads. Bitte sehr. Viel Spaß mit den Pads. Ich packe jetzt noch in ein paar Banken was rein. Und dann gehe ich rüber zu Big Paintball. So, vorletzte Bank ist dann Johannes Wichmann. Gehen wir auf Deposit. Packe ich dann diese ganzen Pads hier rein. Und so ein Proceeding verlassen. Und die letzte Bank, in die ich heute was reinpacke. Von Azalan Deposit. Und du kriegst dann meine letzten Hacked-Cats. Meinen letzten Hexy-Gator. Und auch meinen letzten Dark-Matter-Hexy-Gator. So, Bank kann ich verlassen. Hat noch hier irgendjemand was geschrieben? Ne. Ach, okay. XTZ Games. Conny darf ich pet? Okay, du bist dann der Letzte, der jetzt noch ein Pet bekommt. Ich weiß gar nicht, was ich noch habe. Weil ich hab gerade eben alles weggegeben. Weil irgendwo muss ich einen Schlussstrich ziehen. Ähm. Dann würde ich sagen, du kriegst so einen hier. Und so einen hier. So, das ist, was ich habe. Das kann ich dir noch bieten, Bro. Und das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao.